Hallo liebe und willkommen zu einem neuen Video. Das ist der dritte Teil vom Ausritt. Eigentlich wollten wir nur zwei machen, aber es sind doch drei geworden. Wir wollen jetzt einen Berg überqueren und dann noch zu einen und werden dann noch ein bisschen springen auf den anderen Platz da. Ja. Und werden dann noch ein bisschen schwartieren gehen. Nur Schritt. Und übrigens, wir haben auch unsere Drohne dabei, deswegen können wir auch von oben filmen. Ja. Ja. So seht ihr, da unten. Ja. Genau. Und, ähm, Levy kann ich auch schon ganz süß ausprobieren. Ja, bitte die Kamera unten nehmen. So. So, wir gehen gleich durch das Nestleby. Oh ja. Ah, süße, kleine Schatzi. Und jetzt gehen wir. Komm. So. Ich hab ein bisschen schöne Anfangsbilder gemacht. Und jetzt gehen wir auf mein Holzbrett. Und ja. So, wir sind jetzt hier auf den Berg. Das fliegt in die Bienen. Ähm, ja. Wir gehen jetzt weiter. Ja. Was soll man jetzt sagen? Keine Ahnung. Das wäre halt jetzt. filmen. Ja, und jetzt gehen wir halt mal zum Spielen. Ja, und sollen wir die Kamera ausschalten? Ja. Wir schalten die Kamera aus, weil sonst dauert es wieder zu lange. Also. So, jetzt springe ich eine Runde. Oder? Ja. Ja. Super. 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 Entschuldige. Ähm. Willst du filmen? Ich kann nicht so gut beim Spring filmen. Und nochmal. So. Und nochmal. Willst du filmen? Immer noch? Ja. Ja. Das war ein schwerer Sprung. Deswegen habe ich die Spiegelbeut. Ja. Da war gerade ein Mädchen. Und das war halt so. Wie er halt über die Lange unten. Ja. Hab ich ausgegeben. Ja. Dann mache ich nur den Sprung. Ja. 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 Ich hab ihn geschafft. So. Gut. Und wir hatten. Hier nochmal. Hier machen wir noch ein bisschen Luxur. So, jetzt gehen wir zurück zum Hof. So, ich bin gerade hier oben, ganz langsam. Und da muss ich jetzt runterspringen. So ist er jetzt unten gelandet. Wir waren so ein kleines Sprung, wo er so runtergehen musste. Da war schon wieder dieses Mädchen da. Oh, da ist ein kleiner Vogel. Oh, da war schon wieder dieses Mädchen da. Also eigentlich haben wir hier durch die Kamera gelaufen. Also Kamera. Ja. Also, ja. Nein, läuft auch ein Mädchen aus Versehen durch die Kamera durch. Also vor der Kamera umher. Wir draben ja schon. Jetzt geht es um die Kamera. Jetzt geht es um die Kamera. Jetzt geht es um die Kamera. Ich glaube nicht. Jetzt töten. Ja, ich mach erstmal die Kamera auf und gleich mach ich es wieder an. So, dann gehen wir jetzt mal. Übrigens die Kamera voll an. Also, ich habe euch mal gesagt, falls das Lady nicht sieht. Ich sehe gar nicht so, ob ich hier über den Playkopf filme. Ich sehe nur mein Schatten. Ich habe hier irgendwas klackern. Ah, hier. Ah. Hier. Wasserflögen bält. Yeah. Ah. Er wird doch eigentlich zuerst dran. Wäre halt zu... Wäre halt zu... Wäre halt... Ich weiß... ...wäre... ...kartalltämpfer. Wurde, wäre ich ruhig? Ich glaub, der ist... Hm? Ich bin noch nicht riesig. Wurde, ich bin noch nicht riesig. Ich bin noch nicht glaubt. Ich bin noch nicht glaubt. Ich bin noch nicht. So, wir sind gleich da. Willi kann sich nicht aus dem Licht gehen, weil sonst... Da sind wir schon mal lang gegangen zum Fels und wir... Schreiten jetzt schon mal weiter, das wollt ihr euch nur anschauen. Ach ne, ihr muss uns schon wieder kacken. Ja, jetzt sind wir schon hier an einem schönen Ort. Und, ja. Und wir gehen gleich da in den Fluss ein bisschen, woher die schwimmen. Und, ja, da gehen wir jetzt mal gleich hin. Und zwar ist er gar nicht wurschtlich. Das geht jetzt eigentlich ganz schön tief für seine... Und seine... Da kommen wir da und das sind übrigens ja die Enten. Da. Also hier könnt ihr sie besser sehen. Da sind sie. Quarki. Und da noch eine. Pessing. Ja. Also hier sind überall wurschtlich schaukeln. Also wir tun gleich schaukeln noch ein bisschen. Aber erstmal gehen wir in den Pern schwimmen. So, komm. Und hier sind sogar auch noch Enten. Warte. Quark. So, wir gehen jetzt hier runter. So, wir schwimmen hier gerade. Ist richtig schön hier. Ja. Ist hier richtig schön. Das spiegelt richtig schön hier. Der Perverser genießt es so richtig. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir noch. Und... Papa. Und... Papa, komm. So. dann geh mal seit kurz. Und... Papa, komm. Papi. Der war ja gesprungen. Der ist nicht genug drauf. Hier sind ja Bauarbeiter. Die sind selber. Ja, hier ist einfach. Das sind Bauarbeiter. Hört ihr Surscht? Ja. Und ein paar Kinder. Ja. Okay, das ist ganz schön witzig und wartebeinig. So, jetzt gehen wir nach Schaukeln. Hi. Wir sind jetzt geschaukelt. Puh. Haben wir schon ein bisschen geboxt. Wir sind ja auch Schaukeln. Ja. Hier sind die Hühner. Ich halte. Ich habe das Futter drinnen. Und der Flieger liegt drinnen. Ja. 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 Ach, das ist ja echt langsam unheimlich. Ja. Wir können nur noch drei Minuten filmen. Okay, dann machen wir ohne ab. Tschüss. Ja. Ja. Ja.